hallo und willkommen zu lonestar gibbles wir sind hier im point nemo am ende der welt oder was das auch immer hier ist wir haben uns hier doch ein schreckliches rätsel gequält das viel einfacher war als es mir vorkam ich hätte mir darauf achten sollen dass das hier wie acht bett ausschaut ist mir gar nicht aufgefallen erst als ich hier die büsche gesehen habe dann habe ich mir gedacht ja da bei der tentakel habe ich mir nichts gedacht schauen wir mal dass wir lieber weiterkommen schwamm drüber man soll ja auch ein bisschen sich mit dem spiel aufhalten und nicht einfach durch raschen wir haben kitty noch im 8-bit-zustand ah hier ist der branch den wir bräuchten ja wir brauchen jetzt hier die 8-bit version von dem ding ja aber wir haben ja natürlich nur das schwert dabei das setzt uns nix zurück also werden die schnellreise nehmen sollen ich hoffe ich denke dran beim zurückgehen so naja ok kitty erstmal dich wieder zurückholen so sehr schön ja den ast brauchen wir gut hat sich sofort verwandelt auch noch in die vision die wir brauchen sehr schön ja nein 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 also wenn man da nicht da kommt man einfach nicht raus muss man vielleicht das cape drücken oder sowas das stimmt ich wollte es eigentlich auch gucken wie komme ich jetzt hier bitte wieder in die ansicht dass ich hier mehr sie wo der ausgang ist hallo nein schnellreise nasenbär was macht er denn jetzt wo geht er hin hallo ich will nicht dahinter eigentlich ist der eingang ganz anders gewesen aber was soll es das passt auf jeden fall der minecraft-stab so jetzt brauchen wir wieder kitty 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 tiny kittay are you dead are you alive in there still kickin schrodinger oh god are you okay can you breathe what do we do yeah i can breathe all right there are mechanisms inside this thing Das ist gut zu hören, denn ich sehe nichts auf meinem Endeffekt. Wir können uns nicht schlafen, Buzz. Probierst deinen Weg nach vorne, während ich daran arbeite. Auf es! Okay, Kitty ist also gefangen. Schrödingers Katze. Das war natürlich fies. Oh, da war schon mal jemand vor uns. Wenn Sie das hören können, dann wissen Sie, dass dieses wretcheden Platz, das hier in der Erde ist, muss sich auf der Erde auswählen. Das ist was mir und meine Shipmates auf den Alert kamen hier zu tun. Wir haben uns auszlöscht, wir haben Oslo für Point Nemo, mit einem Schiffen von Explosiven und Fusen, hellbent auf das Island, wo der Evil Book ist am besten. Ich werde nicht mehr Zeit auf meine Exploits über die Necronomicon. Wenn Sie hier sind, Sie müssen wissen, von den Generationen, die es trittet hat, und dann leden hier zu werden. Wenn wir auf diese Route haben, wir wissen voll, von den Dozens, die vor uns haben. However, wir haben es geschafft, mehr als auch. Das horrible Island ist surrounded by active, underwaterer Volcanoes, und ich hoffe, dass wir nur auf den Weg haben, zu explodieren. Wir haben mit dem Detonator auf der Highest Mountain Peak gemacht, und wir sind die Weg nach unten. Es gab nicht ohne die Sacrifizung. Die Crew war driven crazy von der monstrosität von dem, von dem, von dem, wir in den Chargen unterhalten. von dem, und First Mate Green waren die nur Sane-Menn left. Das ist, wenn wir es gesehen haben. Mein Gott, wir haben mehr als wir bargainedet für. Das Ding, das nicht zu sein. Wir waren mit der Angst. Ich fliegt in Terror und habe mir in diese Halle genommen. Ich bin wahrscheinlich auf der Seite der Island wir haben nicht gesehen, und ich sehe keinen Weg aus dieser Halle where meine Bones will find their final resting place. Ich kann nur hope that Green set all the fuses before he lost his mind or his life. If someone ever hears this, the detonator on the highest peak, marry this place and the horror that slumbers beneath. Stimmt, sie ist eh gerade beschäftigt. Nicht, nicht einsammeln. Ja, 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 das wissen wir schon. Das nützt mir also gar nichts. Das nützt mir nichts. Das hast du doch schon alles erzählt. Ja, 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 naja, ich weiß. Wir müssen auf den höchsten Punkt und dort die Sprengung auslösen und damit das totale Chaos anrichten. Den gordischen Knoten. Oh nein. Einiges an Knoten in diesem großen Stöhnen. Ja, brauchen wir gar nicht. Ja, wie löst man einen Knoten auf? Na, auf die griechische, ne? Oder war es ein Römer? Desperate times call for desperate measures. Gordon lässt grüßen. Kitty, can you hear me? I've opened this door. We can keep going now. You can keep going. This contraption is way more complicated than I had anticipated. Go on ahead without me, Buzz. Buzz. What do you mean? I can't just leave you behind trapped like this. Didn't you hear that ghost thing? All the volcanoes around here are rigged to blow up. Just go, Buzz. Find the butcher. Don and Peace might need you. I'll be okay. I'll try to make my way out of this trap. Kitty, I can't. Just go already. And be careful. Numbskull. Kitty, I love you. Get the f*** out of here, Kerwin. Hehehehe. Ja, sie will wohl wirklich, dass wir einfach gehen. Aber das können wir nicht einfach so machen. Aber wir können auch gar nichts machen hier, so wie es ausschaut. Das sieht so aus, als könnten wir nichts machen. Da ist nichts mehr. Nee, nee, nee. So. Ja, 20.000 Meilen unter dem Meer. Was gibt's zu sehen? Ja, dann ist das vielleicht Zeichen von Olmstein. Diese anderen Objekte vary from unusual to ancient. What's the point of all this? Who the heck could this strange place belong to? I'm leaving everything as it is. Och, wieso denn? Looks like there used to be pictures in these, but they're gone. Looking closer, there's a lot of wear and tear. Like they've seen a lot of different pictures come and go. Ja, und jetzt ist es mein Gesicht. Von Kiteip. Und von dem Mädel. Wie heißt sie nochmal? Peace. Ja, der Kiteip weiß, was es ist. Vielleicht ist es die Stung von den Staten, die Don seine Mark gegeben hat, but there's really no way of knowing. There's no way of knowing. I'm leaving everything as it is. Ach. This looks just like Olmsteins sign, except there's a crazy amount of lines connecting tens and tens of dots all over the place. Can this mean that there are more than one signs? Olmstein, I can't wait for you to answer all my questions. Und da ist ein schönes Bild vom Necronomicon. I know what that is. Why it's framed than on display. That's a different story. Why would these three pictures be displayed more prominently than the others? I'm sick of looking at it. I'm leaving everything as it is. Können wir es vielleicht umwandeln? That's like dividing by zero. No thanks. Heh 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 heh. I feel like I shouldn't. Och, komm. I think I'd better not. Du machst da wirklich keinen Spaß mit. I don't think it's a good idea. I don't want to. Können wir vielleicht in das Buch jetzt rein, die Geschichte reinschreiben? It's the Earth with a moon on a rotating arm attached to it. Ist der Mond nicht ein bisschen arg, na? There's long red string hanging from the moon like it was cut or something. And I'm seeing dozens of shorter threads hanging from places all over the globe. The greenish light coming in from the portal is only illuminating three quarters of the moon. A gibbous moon. I'm leaving everything as it is. Huge porthole looking into a greenish abyss. There's something off about it though. It's like it's shimmering every once in a while. I'm getting a very strange vibe from it. Ja, das ist wirklich seltsam. Oh. Necronomicon. Gibbous moon. Okay. Das ist ja wirklich sehr interessant alles. Da gibt's eine direkte Kamera zu dem Shop. Fischmus. Paris. Und hier sind wir in Transsilvanien. Okay. Aber ich kann nichts machen. Ach, das sind so in den verschiedenen Zeitaltern wohl die Verbindungen. Und da werden wir jetzt auch wir auftauchen. Hm, okay. Die sehen ja lustig aus. Ah, da ist der Captain. Und hier sind wir. Burst, Don, Barnabas and Peace. Ja. Wir haben das Necronomicon. Er ist irgendwie der Aufpasser hier. Der mit dem Zeichen. Und hier ist sie. Jeder mit seiner Aufgabe. Sehr schön. Dann haben wir hier ein Buch. Das liegt aber sehr offensichtlich. Guck mal erstmal. Guck mal erstmal. Guck mal erstmal. Guck mal erstmal. Ja, von dem haben wir schon gelesen. In den Aufzeichnungen von dem Bösen. Ich glaube ja immer noch, dass vielleicht diese kleine Krake ist. Let's see what this page says. It had all started with the strange fishiness of the local populace. But now it was clear. There was more. So much more to this. It was as if whispers of dark ancient legends. Revelations of unfathomable ancestry. Madcap globe-trotting adventures. And the ever-present threat of slumbering horror. We're all coming together into one blood-red line. Under the watchful eye of the Necronomicon. Holy hardcover hermedical history. I've stumbled onto something big. I'll just keep reading I guess. These stories are too dark and beautiful not to come to life. Uttered Olmstein with an enigmatic smile. Even the one ending with this world's complete destruction. There is no story if there is nothing at stake. came Olmsteins answer. The roles are set. The actors will come and go. And we will be here. Watching. And controlling it. Sometimes. When the time is right. Why not make it always. Always. Where is the fun in that? And he let go of the book. Watching it drop in slow motion into the crowd below. The end. Okay. Also. Der hat wohl irgendwie die göttliche Macht. Geschichten zum Leben zu erwecken. Und wir sind seine Puppets. So wie es der andere auch aufgeschrieben hatte. Whoa. What? Das haben wir also schon. Können wir es mitnehmen? While on an Antichrist. Oh man. Oh man. Das haben wir schon. Was sagt das Necronomicon? I'm afraid to. Good. Haben wir noch was vergessen? Dann mal noch was. This book is called The Case of Basil Dexter Kerwin. Basil Kerwin. A bookish nobody. Counting the days away behind his office desk. Unveils a century spanning relationship between himself and a wizard named Corvinus. And tries to avoid slowly transforming into something he detests. The pages are all crossed out and scratched over. It's hard to make out anything more. Ja das Buch geht über uns. Eieieiei. Da haben wir noch ein Buch. It's a book about ancient folktales. It's open at Transylvania, Romania. Hmm. This page describes the Miwara and Azormid. Weird. Mit den Katzen. This next page is about the castle and I think Vlads ancestors and the masks. This can't be a coincidence. It's a book about ancient folktales. It's open at Transylvania, Romania. Hmm. Ja, wir sind also alle nur Schauspieler in einem Schauspiel. Oh, das Monster. The day of the Denkdecke. Oh, er hat die anderen gefangen genommen. Oh, no, no. Oh, that is where you are wrong, little zealous fly. It is not him carrying the book. It was always the book carrying him here. Nonsense. We were always right on your tail, Butcher. Oh, because you chose to, right? Adorable. But enough about that. Hand over the book, carrier. Or what? Or I constrict those electricity fields and zap your friends just like the bugs that they are. Not until you tell me what you want it for. Oh, come on. What difference does it make to you? This will all play out as it must, regardless. Let us stop wasting time. I can just read a spell and end you. We both know it does not work that way. It already worked once. Do I have to spell everything out for you? It worked once because it was written that it would. You had no say in this. The book chose the role, and now it returns to me for its final performance. You're insane. Bob Olmstein, or whatever he's calling himself. We are all just actors in his little production. Until you hand the Necronomicon over, that is. Production? Like a play? You have not caught on yet? Tough. I have no time to lay it out for you dimwits. Book. Now. Hmm. Ja, gut. Wir wissen ja schon, dass wir irgendwie nur Schauspieler sind. You owe us an explanation. I owe you nothing. But it really is simple, little fly. You are all prisoners in Olmstein's web of fiction. While I will claw my way out of it. So what's the book for? A fine seeker you turned out to be. It is the magic wand in the illusionist's toolkit. This thing called Olmstein likes his stories. He simply set loose the magic wand into our boring world and watched it turn myth into reality. So many possible storylines he planted seeds for the carrier, the seeker, the protector, the beast. Same roles, different actors. So much more fun when you defy all laws of nature and existence. Give me the book. Ja, es ist so ein bisschen fehlt ihm die Schärfe in der Stimme und das manische Lachen. Jetzt kommt doch manisches Lachen. Forgive the cliche laugh, but the idiotic question warranted it. What difference does it make? What will you use the book for? The crowning achievement of my life's work with flesh and blood and metal. Breathing life into one of Olmstein's favorite characters. The MCHK. The mind-controlled hyperkraken. For now. But what matters is what it shall become. Ja, Cthulhu. He who dreams at the bottom of the sea, awaiting his awakening. The perfect triangle. Ja, das ist eine ganz schlechte Idee, wenn der aufwacht. Also, habe ich mir sagen lassen. Ich bin da nicht so eher der Experte, aber ist ganz schlecht, wenn die Götter aufwachen. Aber der sieht da schon irgendwie ein bisschen strange aus. Mit Flügeln, hier mechanischen Beinen. Das ist das, was er geschrieben hat. Diese Kombination aus den Dreien. Das ist das, was er bei der Augen. Das ist die große Kronische. Die große Kronische. Das ist so wichtig. Das ist die große Kronische. Das ist die größte Art der Gruppe. Ein Teil der Dramatik. Ein Teil von Necronomicon. Und jetzt... die Moon ist richtig. Warum hier? Warum ist das Ort speziell? Wenn die Necronomicon wirklich mit der Moon ist... muss es dort sein Buch ist, die es zu bemerken ist. Das ist dort alle seine Möglichkeiten, die sich verabschieden. Wo ich ausdrehen von zwischen ihnen. Okay. Oh, Olmstein. Fine bunch of actors you were dealt this time. They have seen all and understood nothing. No. No. Wait. Olmstein. The Moon. The Necronomicon. The Kraken. I think I'm starting to understand. Are you now? Olmstein wanted the monster here. And why is that? Because every good story needs a monster. A monster that the heroes can smite using the awesome power of the Necronomicon. There is just one little detail that is off. We're early, aren't we? Indeed. Only when the Moon is full does Olmstein regain control over the Necronomicon. He set it up that way. And it is beautiful. Until then, the book is useless to you. While I... Long have I studied its wicked pages. I know how to reign its chaotic majesty in. Oh, no. His eye in the sky. Not yet fully open to our doings. Praise the Gibbous Moon. My time to strike. You played us. Not quite. The story would have gathered us all here nonetheless. Just a while later. Congratulations on overcoming all those obstacles so quickly. You should have taken your time. So Olmstein is an... Uh... Impress me. What is Olmstein? A god. He must be a god. We are all messing with things that we don't understand. Ha 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 ha. Speak for yourself, little fly. I have really had enough talk now. Last warning before they die. Okay. Okay. Here. Jetzt geben ihm das Buch einfach. Keine gute Idee. Welcome back old friend. So now what? You'll just become... Cthulhu! Devourer of souls. An end to this wretched joke of a world. Destroy the world. That's it? You either haven't thought this through or you're just bad crap nuts. Also jemand die Katze vergessen. Negotiating terms, little fly. Yes, they're in control right now. Up there in the moon. But once I stamped this world out. When just me and them are the ones left standing. What? What happens? Appreciation for a mortal that became a god. For the pawn that broke the rules and checkmated the king. I have created life before. And I will destroy and then repopulate this world the way I see fit. Ampsing will never allow it. Start over from scratch. With an invincible god of death ruling over darkness. Breeding my own ruthless kind. Stamping out the weak. Nothing but chaos for years and years to come. That is not his kind of story. Him and his kind will just abandon this wretched earth. Move on to the next toy and leave this one to me. Time to become Cthulhu. Okay. Kitty. Greif ein. Ich kann leider gar nichts machen. Ah. Hier. Da kommt sie ja. Okay. Da ist Kitty. Kitty kann sich mal ein bisschen umschauen. Obwohl, vielleicht läuft die Zeit ja weg. Butcher. Finally in my sights and I'm powerless. He's got a lot to answer for. If only I could get rid of this energy field. Just come a little closer, you maniac. I ain't getting anything. So, was kommen wir denn da? Still a lot of junk, but on some kind of raised platform. Hard to see anything under that upside down box. Da ist ein Detonator drunter. Ah, das ist so frustrierend. Kann ich jetzt Kitty da irgendwie hinschicken? Das ist es. Das ist das Detonator. Das ist das Detonator. Set up! Was? Nein! Nein! Das... Das Detonator! Das ist das Detonator. Das ist das Detonator. Kitty, unter dir. Okay. Let's hope it makes a big enough splash. Not so fast, you verbose vermin. Unless you want to fry, you are not touching that Detonator. No! 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 Feel that energy crackling in the air. I've reached the final three phases of the incantation. World, prepare to meet Cthulhu! Okay. We've got to do something! Yeah! Yeah! Cthulhu-Fategan! Dammit! Dammit! Gah! Gokka-Manahian! Yore-Bethik-Kasiaha! Umsein! Where are you? Thara-Nak-Shog! Thara-Nak-Sia! Yeah! Okay. Jetzt müssen wir uns wohl beilen. It's the Detonator. Our one chance to send a signal to Vlad and Serge and Barnabas, but it's engulfed in deadly electricity. Ohhhh! Gokka-Manahian! Yore-Bethik-I-Sia! Mus' Kitty sich opfern? Thara-Nak-Shog! Thara-Nak-Shog! Thara-Nak-Shia! Ja! Ja! Jaja! Ich kann es nicht reachen. Seh mal das ist, aber... ... 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 Das ist der einzige Weg aus hier. Eine Route zurück nach Sicherheit. Ich denke, ich weiß, was ich zu tun. Geh zurück wie du kam, Kitty. Das ist der einzige Weg. Ich habe dich verloren. Ich habe mich überrascht, und habe nichts gemacht. Ich habe dein Leben verloren. Ich habe mich nicht mehr verändert. Ich habe die Necronomicon verloren. Und jetzt dieser Lunatik habe ich mich in einem Gott von Death und Destruction. Du bist innozentig. Just run! Run as fast as you can! Nah, Buzz. Es ist nicht einfach, das zu sagen. Aber ich habe ein paar verrückende Dinge über mich herausgefunden, seit das alles begann. Run away? Sorry, aber das ist nicht mein Stil. Zeit für... ...well, keine Zeit mehr. Nein, Kitty. Mach es nicht. Schraub doch die Klappe los. Hoffentlich hat sie noch ein Leben übrig, nachdem sie da durchgefallen ist. Die Katzen haben noch neun. Das Zeichen. Das Zeichen. Die Katzen werden mit nicht davon geholfen. Stupid little critter. Ihr sacrifice was for naught. Das Zeichen nicht gewöhnt. Das Zeichen hat es nicht begonnen. Das Zeichen hat es nicht! Das, die Katzen hat es nicht. Das wird nicht woken. Okay, jetzt haben wir zwei Monster. Oh, little one, come back little one, why won't you listen to me? Not the soulless beast she wanted us to think she was. We're all gonna miss her, buddy. It's as if time stood still for her. Monster. Monster. Monster! Monster! Monster. 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 Der Gibber's Moon Give us a Cthulhu adventure 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 Give us a Cthulhu adventure